Hi LeFloid, hallo liebes YouTube. Das hier ist kein Lama und das hier ist kein Intro, sowas habe ich nämlich nicht. Dieses Video ist eine Videoantwort für LeFloids Video Xbox Kinect Gewinn Spielzeug. Ich will den Xbox Kinect gewinnen. Ja, da wäre jetzt niemand so drauf gekommen. Und aus diesem Grund präsentiere ich dir jetzt meine Gründe, warum ich die Xbox Kinect gewinnen sollte. Zum einen würde ich die Kinect auch gerne zum Abnehmen verwenden. Wieso willst du denn bitte schön abnehmen? Du bist doch voll nicht fett. Oh doch, das sieht man unter dem T-Shirt noch nicht. Wow! Na komm, halt doch die Fresse, du bist doch genauso fett. Verteilhaft wäre das auch insofern, weil alle meine anderen Freunde sind auch fett und die könnten dann auch mit mir abnehmen. Ich denke mal, ich würde mich auch genauso cool fühlen wie Mr. Satan, der so tut, als würde er auf den Gegner einprügeln. Ja, und der wird dabei wirklich verprügelt. Okay, ich weiß, dieser Effekt sah jetzt nicht so atemberaubend aus, aber naja, vielleicht sieht es ja besser aus, wenn ich das dann mit einer echten Kinect machen könnte. Ach, das fällt mir ein. Mein Kabelsaal hat verträgt ja überhaupt keine weitere Konsole mehr. Stopp, stimmt ja. Die Kinect ist ja ganz ohne alles. Ganz ohne alles. Mann, ich muss diese Konsole einfach haben. Miep. Außerdem freue ich mich darauf, meine Freundin bei dem Spiel Dead Central zuzuschauen. Oder alles. Äh, ja. Im Moment habe ich zwar noch keine Freundin, aber vielleicht ändert sich das mit der Kinect ja auch. Ich meine, bisher sah das so aus. Hey, na? Lass mich in Ruhe, Mann. Hast du keinen Bock, mit mir abzuhängen, oder? Und mit der Kinect könnte das vielleicht so aussehen. Hey, du, ich habe eine Xbox Kinect. Bock? Oh, ja, geil. Ja, wuuu. Ja, ich lasse jetzt einfach mal den Quark wechseln wegen Hey, ich will zocken. Oder Sachen wie Es ist mein Traum, die Welt der Core-Gamer und der Casual-Gamer zu vereinen. Ja, das war also mein Video und der Rest liegt bei dir. Meine Gründe sind genannt. Ja, viel Spaß mit der Auswertung und einen wundervollen Tag noch. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018